Wir arbeiten in einem Verbund von Schlüsseldiensten in Berlin und Brandenburg. Dank dem Anschluss mehrerer Unternehmen in den letzten zehn Jahren können wir einen Notdienst rund um die Uhr 365 Tage im Jahr gewährleisten. Unser Kundenkreis besteht aus Privatkunden sowie renommierten Versicherungsgesellschaften. Doch nicht nur die Vermeidung von Einbrüchen ist unsere Aufgabe, sondern auch eine gewissenhafte Schadenbeseitigung nach dem Einbruch. Wir öffnen Häuser, Wohnungen, Autos und Safes und vertreiben und montieren Sicherheitstechnik mit einer ausführlichen persönlichen Beratung. Auf dem Video ist sehr deutlich zu sehen, wie schnell und einfach ein Standardfenster aufzuhebeln ist. Für komplizierte Fälle steht Ihnen unser technischer Fachwirt Rainer Hofheinz zur Verfügung. Um gerade im Stadtverkehr noch flexibler und schneller am Einsatzort zu sein, erreichen wir viele unserer Kunden auch per Motorrad. Untertitelung des ZDF, 2020